Hey und welcome beim Dreh von Bubblegum TV, unserer gemeinsamen halben Stunde Musikfernsehen. Ich bin hier im Studio mit der wunderbaren Alexa Feser und ich würde sagen, wir hatten gerade ein ganz cooles Interview, oder? Wir hatten ein richtig nice Interview alle. Deswegen, also da könnt ihr auf jeden Fall auf was gespannt sein. Außerdem haben wir in der Sendung noch folgende tolle Themen für euch. Und dieses Mal mit dabei neue Musik von Jennifer Lopez, deren neues Album gleichzeitig auch ein Kurzfilm ist, sowie Songs von Ariana Grande bis hin zu James Arthur. Da ist sicher für euch alle was dabei. Wann und wo ihr uns empfangen könnt, das findet ihr unter bubblegumtv.de. Ansonsten bis zum nächsten Mal und von uns erstmal Tschüss!